17. Quinn parkte den Hammer in der Auffahrt zum Haus von Blaze Eltern und musterte die einzelnen Fenster in der Fassade. In vielen brannte Licht, doch er suchte nach einer ganz bestimmten Gestalt, einem großen, gut gebauten... Die Haustür flog auf, und die Mamen des gesuchten Vampirs kamen raus, mit Krücken und Gipsfuß. Tatsächlich machte es den Anschein, als wolle sie die Auffahrt runterkommen, obwohl diese mit einer dicken Schicht aus Eis und Schnee bedeckt war. Panisch fasste Quinn nach dem Türgriff, um sich zu dematerialisieren und sich ihr in den Weg zu stellen. Doch da rannte schon Blaze Dad ins Freie und redete beschwichtigend auf sie ein. Einen Moment lang beobachtete Quinn ihre Gesichter, während sie diskutierten. Die gegenseitige Achtung und Liebe machten den Streit zu einer Verhandlung zwischen zwei vernünftigen Parteien. Bewundernswert. Seid ihr bereit, Kinder? fragte er und blickte in den Rückspiegel. Zeit für Großmamen und Großpapa. Er stellte den Motor ab, stieg aus und winkte in Richtung Tür. Guten Abend allerseits. Wie schön, dass ihr da seid, rief Lyric. Sie hat gebacken, sagte Rock kopfschüttelnd. Sie hat gebacken, obwohl ihr der Arzt verordnet hat, die Füße hochzulegen und die Kinder-Baby-Nahrung bekommen. Aber unser Quinn braucht doch auch was zu essen. Lyric schäumte förmlich über vor Enthusiasmus und war kaum zu bremsen. Außerdem werden die Kinder von diesem herrlichen Duft empfangen. Es riecht nach Zimt und Gewürzen. Das wird ihnen gefallen. Oder auch nicht, dachte Quinn und ging um den Wagen herum, um seinen Sohn rauszuholen. Es war nämlich gut möglich, dass Ramp keinen Geruchssinn besaß. Nach kurzem Ringen mit dem Autositz bekam er die Trageschale frei und stapfte in seinen Springerstiefeln zum Haus. »Kindgefällig?«, fragte er Rock. »Und ob?«, antwortete Blaze Dad und nahm die Babyschale entgegen. Als Quinn sich wieder abwenden wollte, sah er, mit wie viel Liebe Blaze Eltern seinen Sohn betrachteten. Und fast wären ihm die Tränen gekommen. Ihre Augen strahlten, ihre Gesichter leuchteten und sie blinzelten verzückt. Blay hatte gesagt, er solle seine Eltern nicht mit diesen Kindern foltern, die nicht die ihren waren. Dieses Problem hatte er gelöst. Unauffällig lehnte er sich zur Seite und spähte in den Hausflur. Kein Blay. Er kam auch nicht gerade die Stufen runter oder aus dem hinteren Teil des Hauses. Und Quinn war viel zu aufgewühlt, um ihn wittern zu können. »Hm, wie sollte er es formulieren?« »Ist Blay da?« Blays Eltern erstarrten. Dann runzelte Rock die Stirn und schielte zu seiner Schellen. »Er ist gerade auf der Veranda draußen.« »Wo sollte er sonst sein?« Lyrick schien dagegen genau zu wissen, was los war. »Warum holst du ihn nicht?«, schlug sie Quinn vor. Dann wandte sie sich an ihren Hellrun. »Schatz, hol doch Lyrick aus dieser Kohlendioxidschleuder raus.« »Ja?« Blays Dad machte sich auf den Weg und Quinn hätte Blays Mom am liebsten umarmt. Also folgte er dem Impuls. Und dass sie es bereitwillig zuließ, weckte Hoffnung in ihm. »Jetzt geh schon«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Schafft euer Problem aus der Welt. Was immer es ist, wir kümmern uns um die Kinder.« Als Quinn sich wieder aufrichtete, standen ihm seine Gefühle wohl ins Gesicht geschrieben. Denn sie streichelte seine Wange und sagte, »Ich liebe dich, auch wenn ich nie verstehen werde, wie man ein solches Auto fahren kann. Wie viel schluckt dieses Monstrum? 40 Liter auf dem Highway?« Rock kam mit Lyrick zurück und mischte sich ein. »Gestern hatte er uns jedenfalls sicher zum Trainingszentrum gebracht, falls du dich entsinnst. Mit deinem Prius wären wir nicht mal die Auffahrt runtergekommen.« Weiter traute er sich offensichtlich nicht zu gehen, denn er zwinkerte Quinn zu, lächelte seine Schellen liebevoll an und schlüpfte mit den zwei Babyschalen ins Haus, als würde sie ihn mit einer zusammengerollten Zeitung jagen. »Lasst euch Zeit, ihr beiden«, sagte Blaise Mom zu Quinn. »Ich lese euren Kindern derweil ein paar Artikel über Schadstoffemissionen vor. Oder ich zeige ihm die Rede von Bill Gates über Klimawandel und CO2-Reduktion.« Quinn half ihr zurück ins Haus, obwohl sie sich nicht stützen lassen wollte. Außerdem hatte sie absolut recht. Es duftete wirklich köstlich nach Zimt, und die Wärme vom Kamin im Wohnzimmer war wundervoll in einer kalten Nacht wie dieser. Alles schien vor Liebe zu strahlen. Quinn nahm seinen Mut zusammen und ging an der Küche vorbei Richtung Veranda. Bevor er die Tür nach draußen öffnete, zog er noch mal am Hemdkragen und strich seinen Wollmantel glatt. Außerdem überprüfte er, ob noch irgendwo Popocreme klebte. Und dann? Durch das Fenster in der Tür sah er Blaise in der Kälte stehen. Er trug nichts als einen Pulli und blickte über die schneebedeckte Landschaft auf einen zugefrorenen See. Die Glut leuchtete auf, als er an seiner Zigarette zog. Dann schwebte eine Rauchwolke über seinen roten Schopf hinweg. Er sah majestätisch aus in seiner reservierten Haltung. Die Schultern gestrafft, den Blick auf einen Punkt in der Ferne gerichtet. Im festen Stand, auf der leeren Veranda. Etwas sagte Quinn, dass er klopfen sollte, bevor er rausging. Blaise drehte sich nicht um. Er zuckte nur leicht zusammen. Wer als Bittsteller kam, konnte nicht wählerisch sein, dachte Quinn und trat in die junge Winternacht. Er war mehr als bereit, notfalls zu betteln. Noch einen Toast? Fragte Xor. Leila schüttelte den Kopf, tupfte sich den Mund mit einer Papierserviette ab und lehnte sich zurück. Vielen Dank, aber ich bin satt. Oder im Klartext. Ich habe jetzt zwei Scheiben Toast, zwei Eier und eine große Tasse Earl Grey verdrückt. Können wir nun endlich nach unten gehen und uns lieben? Ich mache dir noch einen Letzten. Möchtest du noch etwas Tee dazu? Er erhob sich vom Esstisch und seine missbilligende Miene und die Haltung seiner Schultern verrieten ihr, dass er sie durchschaute. Sie war noch nicht satt und er würde sich nicht von seinem Ziel abbringen lassen, sie anständig zu versorgen. Ja, bitte, sagte sie. Vom Ton her klang das mehr nach verdammt als nach vielen Dank. Aber sexuell frustrierte Vampirinnen wurden eben manchmal pampig. Wie wäre es, wenn wir unten essen, schlug sie dann vor. Weil sie auf diese Weise dem Bett näher sein würden. Und das wollte sie gern zerwühlt sehen. Ich gehe schon mal vor. Xor steckte gerade zwei frische Scheiben Brot in den Toaster und drückte den Hebel runter. Ich komme nach und bring alles mit. Geh und leg die Füße hoch. Und lass mir die Tasse hier. Sie ging zur Kellertür und blickte nochmal über die Schulter. Die kleine grau-weiße Küche wirkte durch die Anwesenheit von Xor wie eine Puppenküche, in die ein Schäferhund spaziert war. Es war ein merkwürdiger Anblick, wie sich der Krieger über den Toaster beugte, um den Bräunungsprozess zu überwachen. Nicht zu hell und nicht zu dunkel. Danach musste die Scheibe gebuttert werden. Xor verteilte süße Butter auf der knusprigen Oberfläche mit dem Ernst und der Konzentration eines Herzchirurgen. Laila hatte sich immer gewünscht, dass der Mann, den sie liebte, sie einmal so behandeln würde. Dabei war es ihr gleich, ob es das erste oder letzte Mal war. Tag oder Nacht, Winter oder Sommer. Xors Hingabe zeigte, wie viel sie ihm bedeutete. Wie wichtig sie ihm war. Dass er sie sah. Nach dem langen Dienst im Heiligtum, als eine unter vielen, war es ein kostbares Geschenk, die einzige für einen Sterblichen zu sein. Aber verflixt! Warum konnten sie nicht endlich miteinander schlafen? Im Keller dämmte sie das Licht und schaltete den Fernseher ein. In der Hoffnung, es möge eine von diesen Romanzen laufen, die Bath und Marissa so gern sahen. Nachrichten, 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 Werbung, Werbung. Was trieb er nur so lange da oben? Dachte sie und schielte zur Treppe. Werbung, Werbung. Oh, während du schläfst. Der war gut. Aber wo blieb Xor? Endlich, nach gefühlten hundert Jahren, hörte sie seine Schritte auf den Stufen. Ich hab die Alarmanlage eingeschaltet, erklärte er. Lila stellte den Fernseher auf stumm, als Sandra Bullock gerade dabei war, einen Weihnachtsbaum durch ein Fenster in ihre Wohnung zu zerren und begab sich in eine verführerische Pose. Dabei versuchte sie, ihre Robe aufreizend zu drapieren. Kein leichtes Unterfangen. Die Doggen hatten nicht nur aufgeräumt, sondern auch frische Roben für sie bereitgelegt. Anscheinend war ihnen entgangen, dass sie die traditionellen weißen Wickelkleider kaum noch trug. Ein Jammer, dass sie keine des Zoos gebracht hatten. Ihr wallendes Gewand verschluckte alle Rundungen und qualifizierte sie kaum für einen Schönheitswettbewerb. Dabei schien sie Xor am besten nackt zu gefallen, wenn er sich nicht gerade in den Kopf gesetzt hatte, sie zu mästen. Oh, entfuhr es ihr, als sie sah, was er auf dem Tablett anschleppte. Xor hätte genauso gut den ganzen Küchentisch mit in den Keller zerren können. Er hatte das ganze restliche Brot getoastet, nochmal Rühreier gebraten und eine frische Kanne Tee gekocht. Außerdem hatte er Sahne dabei, obwohl sie keine nahm. Und Honig. Wow, das, das sieht wirklich köstlich aus, sagte sie, als er die Ladung auf dem Couchtisch abstellte. Er setzte sich zu ihr aufs Sofa, nahm eine Scheibe Toast vom Stapel und begann, sie nochmal mit Butter zu bestreichen. Aber das kann ich doch selbst, murmelte sie. Ich möchte dich bedienen. Dann lass die Hose runter, dachte sie mit einem Blick auf seine kräftigen Schenkel, die die schwarze Jogginghose dehnten. Dann sah sie, wie sein T-Shirt an den Oberarmen spannte und die Stoppeln, die seine Wangen und sein Kinn verdunkelt hatten. Sie vergrub die Fingernägel in den Knien und blickte auf seinen Mund. Ja, fragte er, während er mit einem Messer eine mathematisch präzise Schicht Butter auf dem Toast verteilte. Genug gegessen. Ich bin gleich fertig. Und ich bin völlig fertig, dachte sie. Sie beugte sich vor und schenkte sich einen Tee ein, um sich abzulenken, was ihr nicht gelang. Dafür bemerkte sie, dass sich der Ausschnitt ihrer Robe weitete, wenn sie sich nach vorn lehnte. Das war die Idee. Sie löste die Kordel um ihre Taille und öffnete die Robe, unter der das durchscheinende Unterkleid der Auserwählten zum Vorschein kam. Okay, auch das musste weg. Und siehe da, die winzigen Perlenknöpfe ließen sich mit einer Leichtigkeit öffnen, als wollten sie ihr behilflich sein. Kurz darauf ließ sie die Kleidung von den Schultern gleiten und lehnte sich in einem Nest aus Stoff zurück. Doch er war noch immer mit dem verdammten Toast beschäftigt. Als er sich ebenfalls zurücklehnte, um sein Werk zu betrachten, dachte sie. Gewiss, es hatte evolutionäre Vorteile, dass der gebundene Vampir seine Vampiren füttert. Dennoch war es lächerlich. Was würde er als nächstes tun? Ein Lineal holen, um die Dicke der Butterschicht zu messen? Weißt du, was auf Toast gut schmeckt? Fragte er und nahm eine kleine Korrektur mit der Messerspitze vor. Schließlich war am linken oberen Rand ein Millimeter, der noch zu dünn bestrichen war. Was denn? Honig, murmelte er. Das schmeckt sicher gut. Leila betrachtete den Honigtopf. Ich glaub, du hast recht, sagte sie. Griff nach dem Topf und bog den Rücken durch. Honig schmeckt zu vielem. Damit zog sie den Honiglöffel durch die bernsteinfarbene Masse und hielt ihn sich über die Brust. Ein Tropfen löste sich träge und landete auf ihrer Knospe. Es kitzelte und sie biss sich auf die Lippen, während immer mehr Honig auf ihrer Haut landete und ein träger Fluss über ihren Bauch ran. Xor? Xor? Ja? Als er zu ihr rüber sah, zuckte er zusammen und ließ den Toast aufs Tablett fallen. Was Leila mit Erleichterung erfüllte. Denn hätte sie beim Buhlen um seine Aufmerksamkeit gegen eine Scheibe Toast verloren, wäre das wirklich deprimierend gewesen. In seinen tiefblauen Augen loderte augenblicklich ein Feuer und er verfolgte gebannt, wie der Honig langsam und verführerisch auf ihre Brust tropfte und an ihrem Bauch herab ran. Ich frage mich, kommentierte sie mit kehliger Stämme, ob Honig wohl süßer schmeckt als ich. Damit zog sie ein Knie an und präsentierte ihm ihr Geschlecht. Xor stieß das Tablett beiseite, als hätte der Teller darauf seine Krieger beleidigt. Das pulsierende Knurren, das sich seiner Kehle entrann, gefiel ihr schon eher. Genauso wie der Anblick seiner Fänge, die schlagartig ausfuhren. Im nächsten Moment war er über ihr, stützte sich mit mächtigen Armen ab und konnte seine gewaltige Stärke kaum bändigen, als er die Zunge unter der Knospe ihrer Brust ausstreckte und einen Tropfen Honig auffing. Ein Stöhnen entfuhr ihm. Mit warmen, feuchten Lippen lieb Koster, leckte und küsste er sie. Leilas Kopf fiel in den Nacken, aber sie drehte ihn zur Seite, um diesem riesenhaften Kerl zusehen zu können. Die Erotik des Ganzen war so überwältigend, dass sich ihm nur ein Orgasmus anbahnte. Doch sie wollte nicht, dass es schon vorüber war. Nachdem sie so ungeduldig auf ihn gewartet hatte, wollte sie jetzt jede Sekunde auskosten, die sie zusammen waren. Xor, sieh mich an! Als er ihr in die Augen blickte, hielt sie den Löffel über ihren Mund und ließ den letzten Tropfen Honig auf ihrer Zunge landen. Dann schlang sie sich um den gerillten Kolben, saugte ihn in den Mund, zog ihn wieder raus, saugte ihn wieder ein und zog ihn wieder raus. Du bringst mich noch um den Verstand, fauchte Xor. Er nahm ihr den Löffel ab und ließ ihn zurück in den Topf gleiten, während sich Leila nun selbst in Honig verwandelte und unter ihm dahin floss. Ihre Knochen schmolzen, ihre Muskeln erschlafften. Als sich ihre Beine noch weiter teilten, küßte er sie wild auf den Mund. Ihre Lippen waren klebrig und seine Erektion presste sich durch die Hose gegen ihren Kern. Doch nicht lange. Mit fahrigen Bewegungen befreite er sein Geschlecht und schon war er in ihr und ritt sie mit wilden Stößen. Dabei küßte er sie und ihre Körper fanden einen rauen Rhythmus, mit dem das Sofa gegen die Wand schlug. Seine Stöße wurden immer schneller und drängender, bis sich ihre Lippen voneinander lösten. Leila musste sich an seinen Schultern festhalten, deren Muskelspiel wie eine stürmische See war. Der Orgasmus zerteilte sie wie ein Blitz und machte sie gleichzeitig zu einem Ganzen. Und dann kam auch Xor und er goß sich in ihrem Inneren. Doch ans Aufhören war nicht zu denken. Und ihr Geliebter wurde auch nicht langsamer. 12%. 18. 20. 20. 20. 동ru如, 20.